Selbstständigkeit, Thema 8, Telg B2 Beruf Ich habe das Thema Selbstständigkeit gewählt, weil die Auseinandersetzung mit diesem Thema für mich von großem Interesse ist. Mein Wunsch ist es, eine Schule zu gründen, in der Hunde darauf trainiert werden, sich um blinde Menschen zu kümmern. Diese Idee basiert auf meinen Erfahrungen, die ich in den vergangenen Jahren als Tierpfleger gesammelt habe. In meiner Zeit als Tierpfleger habe ich gelernt, wie wichtig die Beziehung zwischen Mensch und Tier ist. Diese Erfahrungen möchte ich nutzen, um ein eigenes Unternehmen zu gründen. Dabei geht es mir nicht um den finanziellen Gewinn, sondern darum, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Hunde können besonders gut auf blinde Menschen aufpassen und ihnen im Alltag helfen. Diese Fähigkeit möchte ich weiterentwickeln und ausbauen, um sowohl den Hunden als auch den Menschen eine bessere Lebensqualität zu ermöglichen. Besonderheiten meiner Schule werden die intensive Schulung der Hunde und die enge Zusammenarbeit mit den blinden Menschen sein, um sicherzustellen, dass die Hunde perfekt auf die Bedürfnisse ihrer Besitzer abgestimmt sind. Oft sehen wir Menschen, die mit einem Stock auf der Straße unterwegs sind. Ich denke, dass gut ausgebildete Hunde ihnen nicht nur physische Unterstützung bieten, sondern auch emotionale Sicherheit und Unabhängigkeit ermöglichen können. Die Zielgruppe meiner Schule sind blinde Menschen jeden Alters, die durch die Unterstützung eines Hundes mehr Autonomie und Sicherheit in ihrem täglichen Leben erfahren möchten. Darüber hinaus möchte ich auch Menschen dazu ermutigen, ihre Hunde zur Ausbildung zu bringen, damit diese Hunde gut trainiert werden und Menschen im Haushalt effektiv unterstützen können. Damit komme ich zum Ende meiner Präsentation und bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar spannende Einblicke geben konnte.